Herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Abendsteuer von TomClan's Division. Tja, mit meiner Wenigkeit als Warnung und viel ULP. Ja, moin auch. Lange nicht gesehen, lange nicht gehört und trotzdem wiedererkannt. Und ja, wir haben das letzte Mal in der letzten Folge ja versucht, Richtung Kraftwerk zu kommen. Und das machen wir jetzt weiter. In der Hoffnung, dass wir nicht wieder unterwegs sterben. Genau. Als Verwarnung bei mir klingt etwas hul. Ich muss mein Zimmer noch machen, aber das habe ich in weiteren Let's Place alles beschrieben, dass es bei mir so hul klingt. Also bitte nicht wohnen. Das ist nicht sein Zimmer, das ist einfach sein Kopf, der so hul klingt. Ja, eben. Eben. Warnung, Sie verlassen den sicheren Bereich. Oh, echt? Cool. Ich hoffe, ich kann mich diesmal auf dich verlassen, anstatt dass du kein Krippierst, bevor ich wieder da bin. Da hinten? Wo hinten? Ah, da. Ach, Typ. Okay, da bin ich tot. Ja. Sagt der, der mich allein lässt mit was weiß ich. Oh, guck mal, hier haben wir die nächsten. Hä, was? Achso, du lässt es da? Ja. Ich nehm den da. Ja, mach das. Apropos sterben. Ich dachte, du bist da und das sind weniger. Ich hab gesagt, ich komme gleich. Hä? Ja, pass auf. Halt dich, halt dich. Alter. Heckenschütze. Pass auf, Granate, Granate, raus da. Ich bin hier hinterm Auto. Könntest du, äh... Ja, warte, ich hab noch vor mir Probleme. Ich komme mal zu dir gekrochen, solange ich noch kann. Das wird eng, das wird sehr eng. Könntest du dich ganz schnell EF drücken? Ja. Bitte. Oh nein. Vorsicht. Es geht gleich los. Ah, ich sterbe, du Idiot. Oh, es geht gleich los. Einer kommt rum, Einer kommt rum. Ja. Sehr schön. Oh. Vorsicht vor uns, muss auch heute noch sein. Super. Puh. Äh, ja. Das war ein typischer Anfang für uns. Also, das ist, äh... Also, ich bin schon mal Held des Tages. Ja, ja. Also, kann man, äh, so hinnehmen. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier jetzt noch 3000 Leute rauskommen, aber vielleicht gibt es dafür hier irgendwas. Hopfen wir mal. Ich sehe, dass das schon sonst gewesen ist. Hier ist ein Hundi. Aber außerhalb des Hundis gibt es hier irgendwie nicht viel. Gibt es eine Leiter nach oben. Die können wir mal nehmen. Oh, hier Handy. Handy. Ja, das ist gut. Drei, zwei, eins. Ich weiß auch schon, welche Frage ihr euch als nächstes stellt, weil ein ganzer Haufen von euch die schon gestellt hat. Was passiert mit denen, wenn das alles vorbei ist? Ich weiß, ihr befürchtet, dass die Division-Typen auch dann noch den Ton angeben, wenn das alles hier vorbei ist. Oh, ich hab's vergetrückt. Scheiße. Naja, passiert. Okay, also hier können wir wieder raus. Gut. Ich hab zu lange auf F gedrückt, das war noch nicht gut. Ja. Können wir uns ja nachher nochmal anhören. Ja. Kommst du? Ja, ich hab bloß noch eine Kiste gemacht. Ich würd's heute echt gerne schaffen, zu diesem Kraftwerk zu kommen und diese Mission zu machen. Ja, müssen wir halt diesmal mit, äh, bedacht vorgehen. Ah. Schluss mit den Jammerlappen, wo? Oh, pass auf. Nicht, dass wir direkt reinlaufen. Ich weiß nicht, wo die sind. Und wir haben niemanden mit einem Echo mit. Ich könnte mal kurz tauschen. Davon ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's, vor dem ganz großen Tag. Ach, da, ja, ich seh's auch. Sind Level 18. Mhm. Also ich hab, ich seh's drei jetzt. Soll ich einen Headdy geben und versuchen? Ja, ich würd's sagen, wirf erstmal deine, deine, deine Dings aus. Das bringt von hier nix. Ja, ich kann. Ich bin hin und schwack. Ah, dann geb ich den, geb ich den ersten Schuss und du haust das Ding rein. Jo. Und go. Ich seh's hier nicht. Sehr schön. Gut. Achtung, Achtung, Achtung. Da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Ja, ja. Aber jetzt. Ja, jetzt, jetzt ist es ruhig. Sehr schön. Ah, keine Hörner. Ich will mich so offen. Ah, der hat was fallen lassen. Ah, okay. Nur was zum Verkaufen. Nein, Mutti. Ah, hier müsstest du noch irgendwo ein Safehouse geben. Okay, die sind friedlich. Wenn's hier noch irgendwo Safehouse gibt, können wir danach tanken. Ah, ich weiß bloß nicht, wo es ist. Ich bedrohe hier niemanden. Ich bedrohe hier niemanden. Aber sonst geradeaus, oder? Naja, sonst geradeaus. Gut. Ja, Hundi, ist doch gut. Pass auf, hier die Seitenstraße. Nee, hier ist nichts. Okay, alles gut. Wir können weiter. Wie geht's denn? Ja, läuft. Könne besser sein. Ui. Die guten animierten Rahmen. Hier, hier hinten ist das, die linken. Wo? Wo, wo? Ich, ach da. Ach da, ja. Ich seh's. Guck mal, ich hau mich hier hinter das Auto. Ach du Scheiße. Das könnte interessant werden. Warum? Wollen wir's versuchen? 20, 20, ja. Ich, warte mal. Ich werf wieder das Ding aus. Na, ich ja auch. Mal auf dem Auto und drauf. Ah, so, ich hab. Komm mal. Jo. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Hahaha. Voll unter Stress gesetzt. Ich hab, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den durch diesen Dachträger durch erschossen. Ja, geil. Geiler Scheiß. Mein, mein, mein Dings hat die Mütze alle ganze Zeit beschossen, so dass sie der Deck wieder rauskommen müssen. So, dann weiter. Jo. Boing. Ja, das war noch dein Dings. Ja. So, das ist doch jetzt in der Nähe des Kraftwerks hier. Ah, 800 Meter. Okay, nee, da ist alles safe. Ja, das wollen wir nicht nochmal machen. Davon hat eine blaue kaputt, das bedeutet safe. Mhm. Die Zeit kennt man das, ja? Ja. Ja, kommt immer Geisel retten. Was heißt, das ist das jetzt angenommen? Nee, das hätte ich dann, wenn ich einen nicht... Nee, man hieß es ja bei mir, äh, neu starten. Aber wir sind jetzt in 18er Bereich, ja? Ah. In 18er Bereich. Wir sind auch nicht mehr weit weg. Von vorne, von vorne, da vorne, ganz viele. Ja, 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 ich seh's, ich seh's. Wir müssen erstmal gucken. Ah, und von hinten. Nee, von seitlich, wir müssen gucken. Ja, da kommen auch seitlich welche. Wir müssen hier vorne jedenfalls alles absperren. Also hier die Zwiebelze... Okay, hier vorne sehe ich nur einlaufen. So, du musst Headys geben, ich tue mein Teil vorne platzieren. Und du tust dein Teil gleich danach platzieren. Du musst aber die erstmal anlocken. Wo vorne, wo vorne? Na, hier direkt vor uns, sodass wir safe sind. Dann stelle ich das andere hinter uns noch, oder soll... Nee, hinter uns, hinter uns kommt nix. Nur höchstens jetzt alles für uns zu zeigen, sagt der Radar. Alles klar. Wenn du hättest, mach es hin. War's das? Ja. Hab ich das zu sitzen gestellt? Ja. So, ich hab's nur schon mal kaputt gemacht. Von vorne wieder? Was? Da vorne. Ja, warte, warte, ich komme. Pass auf, pass auf. Die sind hier relativ nah. Ich seh die noch nicht. Sehr nah. Zu nah. So, ich kann das Ding wieder werfen. Oh, das sind vier Stück, das sind vier Stück. Warte, warte, warte. Ich muss erstmal irgendwie hier vor uns. Warte mal, wo sind die gerade? Da, warte. Komm ich da ins Auto? Ja, so ist das ganz einfach. So, erledigt. Boah, ich brauchte nix machen, außer das Ding da hinschmeißen. Oh, Achtung. Ja, ich seh's grad. Warte, 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 warte. Die können wir gleich überraschen mit so einem Ding, ja. So, warte, warte, warte. Ich muss warten, bis meins Feld geladen ist. Die können wir voll überraschen. So, ich kann. Können wir? Ja. Eins, zwei, drei. So, der ist weg. Müsste jetzt noch einer sein. Komm schon. Gut, war's. Ah, nice. Läuft. Läuft. Ja. Seh ich auch so. Da vorne haben wir noch was Schönes. Was Grünes. Nee, bei mir nicht. Ich hatte vor uns schon was. Ja, das ist schon richtig. Das hast du richtig erkannt. Ich hatte eigentlich mehr verdient wie du. Was? Ich war mein Held des Tages. Ach, komm. Erzähl nicht. Wer dein verdammtes scheiß Leben gerettet ist. Ach ja, ist okay. Division-Verstärkung wird im Park in der 23. benötigt. Die JTF wird von Rikers belagert. Ah, das ist das letzte. Nee, es sind noch 400 Meter. Wir können denen allerdings hier helfen. Wenn wir wollen. Ja, mach mal. Wo ist das? Hier drin. Oh nein. Das ist das, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Hm. Nee, das ist immer immer hier. Okay. Geh nicht so weit vor, Andi. Du bist doch gleich wieder weg. Muss ich nämlich wieder hier hin. Boah. Hammer. Die schießen echt hart. Nicht genau, ey. So, einer ist weg. Ja, einer ist festgesetzt. Dann kannst du dich bewegen. Die schießen auf den und der kommt nicht vor. Warte mal, ich guck mal, ob ich die sind. Das hat ja viel geholfen. So. Warte, ich komm zu dir. Von vorne, von vorne, von vorne. Ja, ich komm zu dir deswegen. Wir müssen den JTF Officer beschützen. Der wird attackiert. Weg hier, weg hier, weg hier. Wo ist denn der? Ah, hier ist er. Da ist irgendwo Schwarzschütze, die ich nicht sehe. Da ist irgendwo Schwarzschütze, die Drecksau. Ja. Verbündeter Division Agent getroffen. Fuck, du shit. Ich kann dir grad schlecht helfen. Ja, das ist ja eh ne Teil, aber. Schwarzschütze. Schwarzschütze. Oh, weg hier. Schon gesehen. Heile mich, wenn du grad einschließen kannst. Schwarzschütze. So, hab ich. Jo. Ah, der ist jetzt gesetzt, endlich. Boah. Alter. Ey, ist nur der enge Typ, der so fuck you schwer war, aber. Boah. Vor allem der Typ hat noch nicht mal irgendwas wirklich hartes gedroppt, wo man sagen könnte, es hätte sich gelohnt. Ne, jetzt ist es ja. Alter ey. Oh, wir haben es geschafft. Ja, das ist die Hauptsache. Mehr müssen wir nicht schaffen. Wir haben es geschafft. Das reicht. Ja gut, komm dann weiter. Ja, ja, ich suche hier bloß ein bisschen Medizin zusammen und. Huiiii. Fußball. Ist vorüber. Ja. Und Frankreich hat gewonnen, ey. Ja. Das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Oh. Oh, jetzt hab ich mir. Von allen Franzosenfans hab ich mir jetzt. Oh, oh, oh. Ich sag immer so. Deutschland hat sich noch nicht anders verdient. Na gut, ja. Wie die gespielt haben, muss ich auch sagen. Ist ja meine eigene Nation, klar. Ich soll immer hinter denen stehen, aber so wie die gespielt haben. Ja. Oh, oh. Hier geht es schon. Hier geht es schon. Warte. Ja. Okay, warte, wir können noch ein bisschen weiter vor. Ich gehe nicht mehr in den Baum. Hier an der Seite an dem Markt stehen eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, das wird interessant. Ich guck mal, dass ich mich hier seitlich hinter dem Bus stelle. Warte mal, ich gehe in das Auto. Okay, ich kannst du Dinge werfen. Habe ich schon getan. Guck. Oh, ich bin Level 19. Oh, nice. Geht's weg. So, der ist auch weg. Das war's. Warte, da ist noch einer, ist noch einer, ist noch einer. Ja, da hinten. Der versteckt sich aber. Den müssen wir uns holen. Oh, was blau ist. Den müssen wir uns holen. Aber ich sehe ihn von hier nicht. Ich aber. Ich bin ein Auto. Ah, da sind mehrere. Vorsicht, Vorsicht. Das sind mehrere. Das sind eins, zwei, drei, vier Leute. Schlag nach. Ja, gut begriffen Hinter dir, Andi Nice Sehr schön, die Hammer So Auf ein fröhliches Looten Oh, hier sind noch auch welche So, Elektronikteile Das ist voll So, wir können uns nochmal Wir haben hier ein Safehouse, wir können uns nochmal nachladen, wenn du willst Was, wo ist ein Safehouse? Hier Oh Hier ist auch was anderes, hier piept was Ja, wenn das nicht eine normale Bombe ist Ähm Wir haben hier noch was anderes Ja Was schönes Na da, komm Wir haben ja nichts anderes zu tun Ich habe bloß auf 500 Schuss, deswegen wird es langsam knapp an mir Dann alle Einheiten in einem Park bei der 20. werden gestohlene Mediziner gehandelt Komm rein, habe ich gerade gesagt Ja, ich bin unterwegs, so, ich bin da Eins, zwei, drei Helfen Sie mir bei der Suche nach den Vorräten Danke Äh, ja, klar Oh, ich kenne solche Aufgaben Alles klar Achtung Gleich ist es vorbei Müssen Sie nur da rausbringen Alter, sehen die hier heute harte Kroppeln Halt 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 Wir haben schon der andere und zweite Luft. Wir stoppen! Okay, mein Freund. Hier ist noch irgendjemand. Müssten wir geschafft haben. Gut, okay, warte mal, warte. Ich muss mich erstmal laden hier. Wurde ich gleich noch weitergehen mit den Angriffen hier. Natürlich würde ich gleich noch schön weitergehen. So, kann ich nicht benutzen. Äh, die muss ich ja jetzt zurückbringen. Verteidige mich. Ja. Hier ist was Rotes. Das letzte Mal, wo wir so eine Scheiße gemacht haben, haben wir 3000 Jahre für gebraucht. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber jetzt sind wir ja besser ausgebildet. Ein bisschen. So. Sag, wenn du hast. Hab ich. Okay, jetzt kommt das mal Angriff. Zurück. Ja, wundervoll. Da oben ist das mal an. Da oben ist der Drecksau. Da oben ist der Drecksau. Ach, Feuer gefangen, du Cleaner. Scheiße. Komm zu mir. Ja, warte, warte. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Shit. Nimm dir das Teil. Ich belebe mich gerade schon wieder. Boah, Alter. Das ist echt von allen Seiten. Das ist echt von allen Seiten. Boah, fuck. Kannst du mir so Dinge hinwerfen? Ach so, ich weiß auch so. Beide. Ja, betäubt und blind. Boah, Alter. Ich sehe gar nichts. Jetzt haben wir ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Warte, ich hol das nächste Teil. Warte. Kinder, Kinder. So. Alter, Schäler. Es ist schon ein bisschen harter, also. Wir haben immer harter. Na gut, wir sind auch im höheren Gebiet, sag ich das mal. Ah ja, und ich bin außerdem schon Level 19. Na gut, okay, okay. Das können wir nicht daran hängen. Du bist ja aber jetzt auch schon Level 18. Ja, ja, ja. Hab ich mir... Harte Arbeiter. Innen in die Kiste fehlt dann eh noch. Nö. So, abgeschlossen. Sehr schön. Oh. Diese Medikamente gehören nicht auf die Straße, sondern zu den Kranken. Safe House? Auf jeden. Warte mal, hier ist auch noch was. Ah. Ja, hier kann man sich noch ein bisschen Zeug einsammeln. Kannst gerade nicht einkasseln. Waffenteile. Kann ich das? Das andere ist irgendwie hier. Hä? Ah ne, da drinnen ist das. Oh Gott, aus einem bestimmten Winkel muss ich das anwiesen. Hier drüben ist auch noch. Das andere scheint unterirdisch zu sein. Ja. Hier hinten geht's auch raus. Aber hier ist nix. Also hier draußen ist nix. Wir müssen runter. So, Safe House, Safe House. Äh. Hier ist irgendwas. Und Safe House ist das hier nicht? Ne, aber hier in der Nähe. Lass mal rausgehen. Hä? Ist aber jetzt zu doof, das Safe House zu finden? Ich fühle mich gerade auch ein wenig fehl am Platz. Mal. So, Safe House zeigt er hier an. Nach unten sollen wir. Oder oben, aber. Ne, ne, ne. Das ist nicht da oben. Das soll hier auch muss sein. Warte. Ich lurch mal ringsrum. Das müsste rein theoretisch unter uns sein. Irgendwo. Nein. Ich guck mal kurz hier lang. Ah, ich hab den Eingang, glaube ich, gefunden. Ja. Oder? Nein, hab ich nicht. Alter. Ich muss mal durch die Wohnung irgendwie da reinkommen. Ich hab's. Was? Unter dir. Ach, von hinten. Das ist ja scheiße gemacht. Bisschen komisch, ja, aber. Ja, ich hab's. Safe House entsperrt. Ach. Das stimmt nicht. Ich glaube, ich brauche mir einen Arzt. Das haben wir schon immer so gemacht. Aber wenn sie schon bei uns sind, dann können wir ganz kurz eine Pause einlegen. Ich müsste mal ganz kurz irgendwo hin. Ja, klar. Dann legen wir eine kurze Pause ein. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ja, ich bin jetzt. going. Also nicht, das ist ja schon bei uns. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018